Du solltest keine Ehen mehr stiften, denn was du auch sagst, geht immer in Erfüllung. Es ist genau wie ich voraussah. Er ist verliebt in sie. Ach, herrje. Ich kann mich nur wundern, Miss Woodhouse, dass Sie nicht die Absicht haben, sich zu verheiraten. Sie betont stets, dass sie niemals heiraten will. Ich denke augenblicklich nicht ans Heiraten. Was natürlich rein gar nichts zu sagen hat. Hütiger Himmel. Habe ich die Gesellschaft verpasst? Emma. 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 Ähm. Mr. Elton. Mit wem werden Sie tanzen? Emma im Kino.